Was ist denn heute los? Krieg? Aber halt, wirklich, richtig. Krieg? So, es liegen da oben die Pfeile wieder tief. Ja, definitiv. Krieg? 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 Assassin's? Ihr seid so krass. Ja, ne? Krass. Das sieht doch mal fein aus. Oder? Ich denke auch. Das gefällt mir. Und wenn jetzt da so ein Mief ist. Krass. Humm. Mief, kommst du her? Ja, mit Sicherheit. Warum? Da fehlt was. Achso, ne, da ist bloß der komische Weg. Was für ein komischer Weg. Und dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und hart. Ja. Hart. Hart. Ja. Oh, Kinder. Heute ist echt vorbei. Ja. So. Genau das Mief. Warte mal, so ne Piratensegel haben doch meist immer irgendwie so'n Dings da, oder? Hm, genau so'n Dings. Diese komischen Schnüre, die man drüben Seiten mit den Leitern nimmt. Keine Ahnung. Ah, wie macht man den? Glaubst du? Ich hab keine Ahnung. Mit Spinnwegen können wir ja nicht machen. Da muss ja mit irgendwelchen... Da gibt's diese, diese, ähm, für diese... Wie heißt das? Äh, für diese Stolperfallen, diesen Draht, da geht's aber... Den sieht man fast nicht. Nee. Ja, der geht, der geht aber auch nur... Er war gerecht, ne? Ja, beziehungsweise der spannt sich nur bei den, ähm... Nur bei den Dingern, ja. Genau. Den kannst du nicht einfach so setzen, oder... Jaja, du brauchst diese Haken-Dinger, das weiß ich schon. Das ist kacke. Wie, was will der denn machen? Weiß es nicht. Machen wir so'n Piratenschiff halt. So'n bisschen hier. Weißt du schon'n Piratenschiff? Willst du noch eins machen? Ja. Ach so. Na, Trappe. GZ-Meef. Oh, der war anzunehmen. GZ-Meef. Achievement-King. Ja! Scheiße. Verdammt. Jetzt hab' ich Angst. Aaaaah, lauf! Der Meef kommt! Jetzt kommt er! Hier kommt die So- Ach, nee, warte, das war alles anders. Nein, nicht ganz, Reza. Erstmal was Phrasen. Ich hab' die ganze Zeit jetzt grad Pipi langs durch im Ohr. Das ist kacke. Warum bin ich so fröhlich? Das ist nicht Pipi langgeschraubt. Ich weiß! Ich wollte ihm einen anderen Ohrwurm geben! Der schlimmste Ohrwurm, den du haben kannst, ist, Mila kann lachen wie die Sonne. Wie die Sonne war Fukushima! Hahahaha! Putihama! Fukushima! Wuhu! Der schlimmste ist A-House in the middle office. Das ist der schlimmste. Nein, der ist nicht schlimm. Oh, doch. Nein, der ist lame. Hast du dir schon mal ein paar Wochen nicht aus dem Kopf gekriegt, wenn man den immer im Büro hört? Das ist schrecklich. Das ist nicht schlimm. Weißt du, was schlimm ist? Oh, oh, oh. Ach ne. Wenn du in der Vorprüfung zu deinem, äh, Fachabitur plötzlich alles vergisst und dann an das Lied von Schön und das Biest denkst. Obwohl du es jahrelang nicht gehört hast. Das ist schlimm. Und du es eigentlich konzentrieren möchtest. Was? Ja! Alles, alles klar. Ja. Äh... Das ist schlimm. Äh, ja. Wie macht man diese Auslösehaken? Weißt du jemand aus dem Kopf? Nein. Nein. Brrrr. 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 Monsterjäger! Oh, gatt, 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 gatt. Mit Spinnen... Nee. Wie ruhig mit Eisen? Miefs geht sich aber extrem hoch gerade. Hahaha. Nein. Da kriegt man Schiss. Da kriegt man Schiss, liebe Kinder. Aber, richtig. Ähm, nee, weil es wirklich keiner geht, ja? Nee, nee, nee. Dann musst du das Wiki fragen. Ja, frag mal bei Wiki nach. Tada. Hey, hey, Wiki. Nee. Hahaha. So, so ähnlich. Was geht denn heute ab? Wird schon wieder dunkel? Ja. Ab nach Hause. Was, schon wieder? Ja. Oh, schon wieder schlafen? Mann, ey. Boah, warum haben die nicht so Rhythmus wie wir, ey? Hahaha. Oh Mann, ich weiß nicht wie das Scheiß geht. Kann da jemand bitte gucken? Nein. Nein. Hahaha. Nein. Danke. Ich gucke nicht. Bitte. Ich gucke. Nein. Creepersau. Ahhhh. Zombie. Ahhhh. Das heißt, wir gehen noch nicht schlafen, oder? Nein. Ja. Nein. 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 Ich habe verstanden. PEN. Sofort. Jetzt. Warum ist die Tür auf ihr? Spacken. Glockende. Ahhhh. Können wir schlafen, oder? Nicht, oder? Da lege ich mich hin. Sonst bleibe ich. Ich liege. Danke für den Pfeil. Ja, wir können sofort. Kleinen Moment. Wir können... Ich glaube das ja wohl nicht. Hey. Was macht ihr? Nein. Ich raus aus meinem Bett, ey. Kann ich mir dafür, dass du dir hinlegst? Kann ich wahr sein. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja auch. Guten Morgen, liebe Sa... Achso. Anderes Lied. Schmupupup. Habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar. Der Jürgen mit der Lippe. Hahaha. Der Jürgen der Lippe. Mit der dicken Lippe der Jürgen. Wen möchte man wirken für dieses Lied, was er geschaffen hat? Hahaha. Du hast doch grad auf mich geschaffen, oder? Nein, ich hab auf Mief geschaffen. Achso, vorhin am Bett. Ja, da schon. Aber ich kann sicher sagen, ich weiß nicht. Hahaha. Ich weiß auch nicht. Ich bin aus der Schusslinie gejumpt. Oh, scheiße. Gibt es Kohle? Kohle ohne Runde. Kohle, 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 Kohle. Ich hab dir ein paar Schildchen hinterlassen, ja. Nein! Hahaha. Drei Stück. Okay, hier kann ich nichts bauen. Eisen. Ah, Eisen. Eisen kann schmelzen. Also auf dem Schiff sind drei Schildchen mit Text drauf. Wie die Sonne überfutieren. Okay. Wie die Brennstäbe in Fukushima. Wie die Brennstäbe in Fukushima. ...jaa, sie brennen immer noch Ihhh. H белne. Das ist P relentless. Jaa, das ist PSPEAK. Kann man ja ewig andauern. Das Meer wird versorgt ... – Da dadadadadadada кстати bei darum sag ich auch schon. Schöne Alpträume Wer das liest, hat den Piraten schon zu bekunden? Brusthaare! – Eww! – Brusthaare!! – yea… – uses out now! – Ja genau, auf der nächsten Gamescam verkaufen Brusthaare von Piraten O... – Ewwww! Es will doch niemand haben. Ich hab immer die besten, die ich nicht sehe schon. Aber ich muss das vorher rechtzeitig wissen, damit ich erstens genug anfarmen kann und zweitens... Ohhhh, juhu, Pirat! Dann pass mal an, jeder will ein Stück Brust haben. Es wird nicht besser. Es wird immer schlimmer. Hallo, Niveau? Niveau? Warte mal, ich hab da hinten eine Schlucht gesehen. Ich glaube, es ist gerade verreckt. Da hinten ist eine Schlucht, da muss es ja irgendwo sein. Ihr habt doch noch nie welches gehabt. Also im Gegensatz zu anderen Netzpläern, die ich so sehe, haben wir schon sehr viel Niveau. Das stimmt auch wieder. Würde ich behaupten. Hast du auch schon mal diesen komischen Meesdieb gesehen in den Channel, da? Ja, echt, ey. Also, boah! Du hast drei Schöne hinterlassen? Ja. Oh, war denn doch mal Holz. Eins hinten oben? Das ist aber nicht so lustig. Das ist eher, ich hab was versucht. Das ist eher, ich hab was versucht. Ja. Weg damit hier, du gehst mir schon ein ganzes Zeit oben ab, wenn du guckst. Händchen klein, händchen klein. Händchen klein, händchen klein. Händchen klein, händchen klein. Entschuldigung, ich wollte einen stören. Hier hinten. Jetzt sitzt vorbei, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt sing du. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ich würde auch nicht mehr wollen. Dann war ich doch schon. So ein blöder Sack, der dazwischen sinkt, ey. Ja. Ja, das sieht gut aus. Ist voll gemein gewesen und im Rad am Mond, der ist voll gemein. Das ist halbwegs rund. Ja, ähm. Oh mein. Wow Diese Schönheit Was? Hast du mich gesehen? Ja, Raza, dich hab ich gesehen Du wurdest auf meinem Schild verewigt Und heißt ab jetzt Lenkrad Ab jetzt, ja Lenkrad ist mein zweiter Vorname Lenkrad Raza Lenkrad Moon Ja, genau Lenkrad, ey Lenkrad Ist das dann der Bruder von E3LW? Wollte ich auch grad fragen Wir finden immer neue Let's Player Wir sollten da echt Wir sollten vorsichtiger sein Nicht, dass die ganzen Daten vorher weg sind Wieso hast du deine Nacht gemacht? Ja, Scheiße Ich bau mich dann durch Ey, was mach ich denn? Ich weiß nicht, was du dann tust Achso, willst du, ähm Bloggen für Kanonendinger Ja, eigentlich schon Dann kannst du auch mit Falltüren dann arbeiten Ja, das Problem ist nur, dass mein Brot, glaub ich, einen Block zu tief ist Mhm Das ist aber Pech, ne? Aber Raza wollte eh mein Segel noch versetzen, ne? Ja Ich hab Hunger Ja Ich hab grad eine Pizza gegessen Also, nicht mich, sondern mein Minecraft Ich hatte Hunger Ja Eine rote Blumen, gibt's ja keine gelben Blumen Oder weiß ich, aber das hat geerntet Es gibt nichts mehr Hast du irgendwas? Ah, da ist ja weiß Ja, da könnte man angeln Ja, da könnte man angeln Ja, da könnte man angeln Das ist nur Da, huiii Ich hab Nemo gefunden Guck mal Ich hab Nemo Ja, stimmt, man kann Clownfische angeln Ich hab Nemo Was machst du denn? Juhuuu Das ist der hier für ne Kante Kann man? Hier, hier, Pirat, bitteschön Ich hab Nemo für dich Du verarschst mich Nein, das gibt's wirklich Guck den Fisch an Der sieht aus wie'n Clownfisch Oh, den fress ich jetzt Ich glaub, der ist giftig Was ist gebrochen? Mief Dann gibt's grüne Brustale vom Pirat Mief Kannst du mal kurz den Fisch fressen? Ich glaub Kugelfische gibt's auch Ja, klar, ich war ne Lohfisch Das ist aber nicht gut Ne, der ist Oh, habt ihr gesehen? Da ist ein Haierlange von Mief Der kommt sogar mit ins Wasser Du assch Da dumm Da dumm Da dumm Dum dumm Damm dumm Damm dumm Ah Hier kannst du rauf Guck mal hier kannst du rauf Hier, da, da, Eingang Das klang jetzt voll ängstlich Na komm, na komm Ja, komm! Ja, komm! Wir sind Riesenpülze. Ist nicht cool? Nein. Ein wundervoller Tag. Meinst du, ich kann eine Angel anbeißen? Warte! Ne, Fuchs geht irgendwie nicht. Jede Menge Pilze. War doch früher gerade einen Hauen, oder? Mit der Angel? Ey, das geht gar nicht mehr. Was? Man kann sich nicht mehr angeln? Nein, das geht nicht mehr! Seit wann? Seit jetzt. Seit jetzt? Das ist schlecht. Oh, wie gemein. Ja, das verändert die ganze Survival Games Maps. Mhm. Das ist noch vor allem vielleicht schlecht. Mhm. Für Spiele. Zum Beispiel Hühner angeln. Oder was kann man noch angeln, keine Ahnung. Schafe. Man konnte eigentlich alles angeln. Also irgendwie so bei diesen Adventure Maps musste ich ja manchmal... Ja. Nee, ich will jetzt echt ein paar Minuten leben hier und guck dir zu beim Angeln. Und du denkst mich. Ich hab mich deprimiert gerade. Das ist echt... Lame. Ich hab'n Fisch. Ich hab'n Fisch. Das ist ja. Der Ria-Fisch. Oh mein Gott, wie hab' ich geangelt. Uriah-Mehr-Jungfrau. 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 Oh Mann. So. Jetzt guckt dir schon zwei zu wie. Hat sich das auf die Ecke geangelt? Überhaupt. Ich bin am Angeln. Das ist überhaupt nicht äh... Los, los, los. Genau. Los, los, los. Was passiert, wenn man ihn ins Wasser schubst? Dann ist er weg. Man kann nicht mehr schubsen, Ria. Plopp, 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 plopp. Doch, wenn man Haut fliegt, dann davon. Ja, ich bin zu knapp. Ich bin zu knapp. Ich bin zu knapp. Ich bin zu knapp. Ja, schade. Nein. Aus. Wo ist meine Clownsfisch? Nein. Nein! Ne, das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Das brauch ich auch nicht. Das brauch ich auch nicht. Ihr seid doch alle bekloppt. Ja. Erzähl uns doch was neues. Wie macht man... Ach, ist schon gut.